Musik Musik Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal habe ich ein Bild gemalt zu Deadpool, wo jetzt ja der neue Film rauskommt. Und um ehrlich zu sein, habe ich die ganzen Trailer schon mit Spannung verfolgt. Hab den einen jetzt bestimmt fünfmal gesehen und so. Der wurde nie langweilig. Und ich glaube, dass der Film eigentlich ziemlich geil wird und ich will den eigentlich unbedingt sehen. Und deswegen freue ich mich auch, dass bunt und kreativ dort Karten verlost. Und dieses Bild ist jetzt meine Einreichung dazu. Ich finde es cool, dass er Wettbewerbe macht. Also falls du das guckst, mach auf jeden Fall weiter so. Macht weiter so coole Aktionen. Und vielleicht wollte ich euch bei der Gelegenheit auch fragen, ob ihr auch mal einen Wettbewerb machen wollt. Dann würde ich gerne wissen, was ihr für ein Thema so vorschlagt. Also oft habe ich schon Wettbewerbe gesehen, wo YouTuber gemalt werden oder irgendwelche andere Sachen, meinetwegen Natur oder so. Und ich würde das dann so machen, dass ich die Bilder alle auf Twitter oder so empfangen würde und die dann ranken würde in einem Video. Und dann würde ich vielleicht, falls ihr wollt, noch ein paar Informationen dazu geben. Und dann werdet ihr alle in dem Video erwähnt. Ich weiß nicht, vielleicht klingt das ganz gut für euch. Ich finde auf jeden Fall, dass es mal spannend ist und etwas anderes. Und ich würde gerne eure Meinung zu dem Thema in den Comments erfahren. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Restvideo. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dir. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dir. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dir.